Ja, irgendwie fangen meine Videos zu mal mit irgendwie Piano an, wie wir bei Sims. Gut, Jan ist ja Musiker und da muss er sich natürlich da weiterentwickeln. Keine Interaktion, die kann er jetzt nicht eingreifen, was ist denn los? Ich kann jetzt Jan nicht stören und sagen, gib mal was anderes. Was macht er jetzt genau eigentlich? Los, ich bin ein bisschen bloß. Stimmt mal auf, also kann ich dann was sagen, was er tun soll, ja. So, jetzt geht das. Alleine spielen. James beginne. Alleine spielen. Ich kann nicht auswählen, was er halt macht. Hm. Verstehe ich nicht so richtig. Hm. Schlaflied. Schön. Aber dann ging es auch niedrig, ne? Soll er auf jeden Fall nochmal ein Reste essen. Frischstück zu wählen. Snack essen sollte er. Müsli. Und danach natürlich nochmal ein bisschen. Äh. 10 Prozent. Ah ne. Ja doch. Und. Stopfen. Und röschen. Wann muss er denn arbeiten? Wann muss er denn arbeiten? Wann muss er denn arbeiten? Ja. Und dann soll er ruhig ein bisschen schlafen gehen. Schlafen. Alles klar. Wann muss er denn noch den Klippern hier? Schleunen wir mal ein bisschen, ne? Hoh. 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 Und dann wird er wach geworden? Und dann wird er wach geworden. Und dann wird er wach geworden. Ach je. Hm. Oh. Oh. So wollte ich ändern. Stimmt. Das hab mir ja nicht gefallen. Äh, la 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 la. Aussehen ändern. Stimmt ja. Ja, die Haare sieht scheiße aus. Man kann die Kopfhaut durchsehen. Gefällt mir nicht. So, das fixen wir noch mal schnell. So ganz cool, mal ganz außerhalb der Standard sind, aber man sieht Kopfhaut durch. Und da bin ich leider ein bisschen pickelig, so. Schauen wir mal, das sieht aus, da haben wir ja Haare ja nicht, ne? Das ist ja doof. Oh, die. Die. Hm, ich würde mir ein paar mehr Haare insolieren, das geht so gar nicht. Das geht so gar nicht. Und dann machen wir das. Okay, fertig. Das reicht schon. Alles klar, danke schön, tschüss. Muss ich jetzt noch bei jedem Auffeld die Haare noch mal planen, na? Das wäre nervig. Ich meine, ich hatte die Haare ja auch schon gerne gehabt. So, die funktioniert nicht. Ähm, dann kann sie hier entstopfen, ne? Benutzen und abziehen. Hm? Das hilft das ja manchmal schon. Abziehen. Das ist ja gar nicht sicher. Okay, es hat gut geklappt. Iiiiiiiiiiii. Ääh. Ääh. Ääh, was ist das nicht? Snack essen müsste ich nicht? So. Okay. Okay. Ähm. So, du hast ihn auch mit Klavier zu spielen. So, du hast ihn auch was essen. So. Jupp. Ah, ich hab dir in deinem Programm ja schon gemacht. So. So, jetzt wollen wir uns noch an den hier kümmern. Hopp. Machen wir mal Torbüte. Kannst du hier beide erstmal schnell essen hier. Jam, jam, jam. Hey. Äh, aufräumen. Ja, wecker nicht. Ja, geht nicht. Aufräumen. Ich benutze jetzt die Tüte. Er soll sie halt stopfen. Dann kackt er noch drauf. Er hat noch einen Auftrag, er hat das Ding zu entstopfen. Ich will da nichts mehr zu sagen. So. So, dann sollt ihr sie auch mal anziehen. Outfit wechseln. Ne, alter Kleidung. Hm, äh, das ist alles halt. So. Wenn die Haare nicht, glaube ich, die geht. Na, die Haare bleiben. Also, so ein Outfit. Wunderbar. Ne, alter, die kann hier leider nichts. Ach, da muss man mit der Schule. Alles da, tschüss. Gut. Simon. Ich bin jetzt die Schule. Und... Ja, das ist nichts mehr. Das muss keine Rechnung drin sein. Also, okay. Jetzt. Rechnung nehmen, Rechnung bezahlen. Oder direkt gleich bezahlen. Nach dem Ausschlafen. Gibt nichts besseres als nach dem Ausschlafen Rechnung bezahlen. 2 Uhr 2. Da haben wir noch lockere 10 Minuten. Bei uns hier. Mal schleunen die mir mal. Aber hier muss ich auch schlafen. Mein Geld. Wir haben nicht so viel Geld. Ich würde gerne das Haus so ein bisschen erweitern. Aber das geht im Moment noch nicht. Noch weit von entfernt. Man muss erarbeiten. Das ist im Auge behalten. In 6 Stunden. Ich glaube, 6 Stunden kriegen wir nicht mehr auf Vordermann, glaube ich. 5 Stunden. Okay, dann ist der Samion bestimmt wieder zurück. Von der Schule. Äh. Entschuldigung, nicht schlecht. Samion würde nach der Schule gehen. Zu Patricia. Ist das okay? Ja. Immerhin ist das okay. Lassen wir gleich hin. Was haben wir denn? Neu-Schul-Freunde-Belohnung. Was? Gute Verbesserung. Ich habe schon eine Brille. Oh, ich sitze auch zu weit weg vom Bildschirm. Ich muss halt nur diese Brille. Ich muss mich daran ziehen. Der Vertrauensleer hat heute Morgen in einer Lautsprecher-Durchsage alle Schüler darüber informiert, dass ein neues Freundschaftssystem eingeführt wird. Das System soll Schüler belohnen, die, was die Freundschaften zu anderen Schülern aufbauen. Gewinne Patricia Roland als Freundin, um deine Schulleistung zu verbessern. Also eigentlich ist das doch alles beschiss. Na, aber wir nehmen das einfach an und er ist ja dahin unterwegs. Das läuft ja schon. Wir müssen aber jetzt hier mal mit dem Schlafen aufhören. So, genug geschlafen. Und dann wolltest du eigentlich die Toilette entstopfen. Oh, beschleunigen wir wieder von mal zu lange, bis er hier soweit ist. So, das ist schon bezahlt. So, das machen wir hier so. Und singst hier sauber. Dann, äh. Inwaschen, so. Äh, Bett machen. Hier, was? Nein, ich gehe hin. Gehen wir auch hier. Ach, kann er gar nicht mehr. Hat sich erledigt. Alles klar. Alles klar. Oh, gut, gut. Wow, gut Job, ne? Hau ab. Wir wechseln jetzt dann auf Simon. Wann, auf Simon. Wo ist er? Ah, hier ist er. Noch Trausaufgaben, okay. Äh, freundschaftlich begrüßen. Äh, ja, freundschaftlich begrüßen. Patrizio, genau. Wir müssen ja als Freundin gewinnen. Gemein. Was? Barsch nicht. Können Sie nur bemühen. Hm? Sieht nicht so ganz, ne? So, siehst du auch rein. Freundlich... Tratschenkennlern. Mit dem Leben. Freundlich... ...koppelig mit dem Leben. So, so. Oh, freundlich. ...koppelig mit dem Leben. Freundlich. Freundlich. Haufmachen, da. Hauf. Freundlich. Wir müssen ja. Zell. Die Zollinale. Gemeinwissig. Machen schneiden. Du hast die Schicht jetzt. Hmhm. Oh, du. Die Team sind sehr spannend. 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 Die ist sehr spannend. Die ist sehr spannend. Die ist sehr spannend. Die Team sind 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 sehr spannend. Sie besteht die Team sind sehr spannend. Sieht nicht erst mal aus dem Kran. Dann braucht man eine Team. Sieht nicht damit. Danke. Oh, Kroon! Kroon Avibo! Wenn man den noch machen will, dann haben wir hier immer alles so nette Kinder. Wir werden mal sehen, dass wir mal eine Familie machen mit so richtig bösen, niederlichen Kindern. Gucken wir mal wie das geht. Mal schauen... Jetzt machen wir mal die Musik. Tätig das noch gut. Die Hausaufgaben sind ja schon fast fertig. Müde? Ja, Energie zum anderen. Man sollte sofort noch mal auf Toilette gehen. Benutzen und dann natürlich Hände waschen, Zähneputzen. Und dann... Immer mal schlafen. Ich werde gehen und schlafen. Immer schlafen? Die Haar ist أacă debido an sich da los zu ALG departieren. Ja, wie ich koste her? Dann auf den Kopf. Ich liebe ihn. Dann auch dieяниagen. Hä, wovon wir so viel Geld gekriegt? Wir haben immer so viel Geld, oder? Timman ist an seinem Arbeitsplatz befördert worden. Er wird immer an ... Ich weiß nicht, ob wir hier sind. Was ist das für mich? Oh! Kaputt! Oh, hier! Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Lass mal hin. Oh! Okay, weg, weg. Wenn das Wichtige ist, oder Arthur und so bla bla bla. Johnny! Buzler! Tschüss! Soooo! Glückwunsch! Ja, alles geschafft! Das ist super! Das muss weg! Das haben sie direkt in der Tasche. Jetzt zupfen die direkt aus der Tasche raus und wischen hier auf. Soooo! Auf jeden Fall brauche ich jetzt mal ein schönes Abgetan. Kumpas sind. Ersetzen. Bad nehmen. Das muss ich ersetzen. Bad nehmen. So. Schönes Bad nehmen. Dann nochmal Zähne putzen. Und dann ist weg. Wir machen den Schatz. Genau. Alles klar. Genau. Und das ist auch ein guter Punkt, wo wir dann einfach mal Schluss machen, ne? Alles klar. Von Boxen. Du willst doch kein Boxer werden. Auf damit. Dann was verdünftiges. So. Achso. Genau. Dann habt euch wohl. Bis demnächst. Ja. Hier und bei Simon und bei Jan. Ja. Ciao. Mal gucken. Ich weiß nicht. Ach, ich muss immer das überlegen. Alles klar. Wir sehen uns in einer nächsten Folge. Ciao.